Hey, hey Clark, was geht ab in M-City? Alles fit? Alles fit Clark? Bruce, was willst du? Ich bin am Arbeiten. Krüger Kaffee? Ja, Krüger Kaffee, ich weiß nicht, den sollte ich holen, aber der von Chibu war im Angebot. Clark? Stöhn doch endlich, du bist der. Achso, ich soll stöhn. Jedenfalls möchte ich dir den neuen Robin vorstellen. Das hier ist Dick Grayson. Verdammt, das ist Jason Thornton. Und zwar die Donuts, die du gekauft hast. Ja, ich will ja nicht schmeckern, aber das sind Diät-Donuts. Willst du mich verarschen? Die schmecken nicht, die sind papptrocken. Also wenn jetzt... Du darfst dann. Okay, du darfst bleiben, aber nur wenn du die Aufnahmeprüfung bestehst. Und die wäre? Was? Ich fress doch keinen Donut von Greenlighters Pimmel, Mann. Hey, ich hab die Regeln nicht gemacht, okay? Ich wollte nur, dass du ins Bett gehst, um dich auszunüchtern. Ja, kleine Schlampel. Was sag ich doch? Los, los. Ich soll jetzt nach Hause kommen. Komm her. Komm her. Okay, du darfst bleiben, aber nur wenn du die Aufnahmeprüfung bestehst. An die wäre. Kleiner dreckiger Kryptonia! Fick dich ins Knie! Das kannst du doch, oder? Okay, du darfst bleiben, aber nur wenn du die Aufnahmeprüfung bestehst. An die wäre. Du bist so super, du stinkst vor Superheil! Superheil oder Superheil? Ja, den darf ich ein bisschen. Wie diese Fotos bei Moral Brothers. Vorher? Ja, den darf ich jetzt. Oh, aufhörig. Warte, was ich denn Claes? Ja, ich hab jetzt raus. Oh, vorhin noch. Jochen aber nur noch ein bisschen. Oh, du weißt. Oho ja. Oho ja. Oho ja. É ein großer Herausforderung. Untertitelung. BR 2018